Bei Maelstrom kannst du dir nie sicher sein. Na los, kündige unseren Besuchern. Kenne euch nicht. Mach einfach die verfickte Tür auf. Ah ja? Habt ihr denn einen scheiß Termin? Sie erinnern mich nichts in meinem Kalender. Wir wollen mit Royce sprechen. Dex schickt uns. Hauptraum. Wir warten schon. Hm, wie gemütlich. Fehlen nur noch ein paar Grünpflanzen. Oh ja. Wirken verdammt gut vorbereitet. Hab noch nie so eine gut gesicherte Fressfabrik gesehen. Das muss Ausrüstung vom Konvoi sein. Sind sicher wie Maden über rohes Fleisch hier gefallen. Militech. Keine Frage. Die Psychoborgs sind mit Militärhardware im Wert von Millionen verkrommt. Das kann ja heiter werden. In den Fahrstuhl, ihr scheiß Lemmingen. Cool bleiben. Die wollen uns nur einschüchtern. Cool, Heimlich. Denkt dran. Wir sind in ihrem Terrain. Also, was wollt ihr? Wir wollen Royce sprechen. Business-Kram. Mr. Royce ist beschäftigt. Müsst mit mir vorliegen nehmen. Ihr habt ein Bot. Modell MT-0D12. Auch Flathead genannt. Und? Was geht euch das an? Mein Boss hat Brick schon dafür bezahlt. Wir sind nur zum Abholen da. Ich kann auch mit Royce sprechen, wenn nötig. Nope. Du redest mit mir. Mein Name ist Dumdum. Aufs Sofa. Setzen. Geht doch für dich, Fleischklops. Ich stehe lieber. Ist das so schwer? Ausverfickte Sofa mit deinem fetten Arsch. Zwing mich. Dachte schon, du fragst nie. Pack deinen Arsch aufs Sofa, wenn du keine Kugel mehr willst. Ango, Jack. Was ist los? Primerito. Gefällt mir sein Turmfall nicht. Segundo. Ist man sitzend. Ein ziemlich leichtes Ziel. Pack deinen Arsch aufs Sofa, wenn du keine Kugel mehr willst. Jack. Setz dich. Das nimmt kein gutes Ende. Scheiße. Also gut. Na los. Entspannen wir uns. Inzug. Was ziehst du? Skiff. So rein wie Baby-Poodle. Blacklace? Da kommt man schwer ran. Musst eine gute Quelle haben. Was bringt das? Steigert Endorphin und Adrenalin, dass du keine Schmerzen mehr spürst. Der Trip ist so heftig, grenzt an Psychose. Haben Konzerne ihren Kampfeinheiten verpasst, während der Konzernkriege? Cyberpsychos schlucken das wie Süßkram. Inhalieren reduziert das Brennen, ohne die Effekte zu dämpfen. Komm schon, versuch's mal. Jetzt können wir reden. Hier ist er. Der Flathead. Modell MT-0D-12. Militech wird nicht danach suchen? Scheiß auf Militech! Sollen sie's doch versuchen! Wir haben die Seriennummer entfernt und alles mit unserer Software entsperrt. Sobald er dir gehört, hört er echt dir. Ich muss ihn sehen. Nur zu. Ziemlich heißes Teil. Dynamische Thermaltarnung. Perfekte Warnemusimmersion durch Raven-Steuerung. Aufgemotzte Prototypantriebe aus einem Titan-Vanadium-Aramid-Gemisch. Und sieh dir das an! Vollintegrierter Link. Wenn die Spinne die Wände hochglättert und dann von der Decke baumelt. Kommt einem das Essen wieder hoch. Und? Was denkst du? Wird reichen müssen. Heh. Du bist aber scheiße wählerisch. Dann her mit dem Geld. Brick hat es. Alles schon bezahlt. Also ich seh Brick-Fix hier nirgendwo. Du etwa? Bist du etwa da? Du erwartest doch nicht, dass ich zweimal für das Teil zahle. Und vorher weißt du Stinkscheiße, was ich erwarte. Wenn ich sage, du zahlst nochmal, dann zahlst du nochmal. Du hast die Eddies für das Ding schon bekommen, also solltest du uns einen fetten Rabatt anrufen. Rabatt? Fickt euch. Wir arbeiten für Dexter de Schaunt. Dexter de Schaunt. Der Fett, der wie beknackt, der wie beknackt, halb-pazifischer gefickt hat. Das ist der Nefton. Ganz im Gegenteil. Und er lässt schönen Grüße. Was ist? Nimmst du mein Angebot jetzt an? Kurzschluss, oder was? Peng. Dort her, ihr Wichser! Habt die Ratte! Habt die Fertig, die, die Wallen! Wickel, kommt los! Mein Mann, wieись ich, Dollar oder sieui? Hör da! Habt ihr den Bot und den Kontrollsplitter? Schnellt! Hör da! Hör da! Untertitelung des ZDF für funk, 2017